Mein Name ist Marcel Bergmann, ich bin Leiter des Testsystems des BRKs in Coburg. Wir kommen hier zu spüren, dass uns die britische Mutation ziemlich in der Hand hat. Deshalb die Bitte an alle Bürger im Stadt- und Landkreis Coburg, lasst euch testen, egal ob mit Symptomen oder ohne Symptome, einfach so zur eigenen Sicherheit. Haltet bitte den Abstand von 1,50 Meter, tragt FFP2-Maske und verringert die Kontakte. Ihr könnt euch jederzeit bei uns testen lassen. Wir sind unter der Woche von 7 bis 18.30 Uhr in der Salle Ehrlichstraße 16 zum Testen aktiv, sowie auch unter der Woche und auch samstags von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz Coburg.